Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video Hochzeitsfotografie mit dem Fotografieren von Hochzeiten sein Geld verdienen. Der Bereich der Hochzeitsfotografie könnte wohl im Bereich Fotografie selbst nicht komplexer sein. Es geht ja nicht nur um die Fotografie, sondern es geht auch um die Vorbereitung, die Nachbereitung, die Präsentation, die Begleitung vor Ort. Viele von euch haben mich ja schon gefragt. Rico, kannst du nicht mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Was wären dann deine Tipps, wenn ich zum Beispiel anfangen würde mit der Hochzeitsfotografie? Und genau darum soll es in diesem Video gehen. Ich gebe euch einen Leitfaden und zwar tatsächlich von A bis Z, angefangen vom Erstgespräch bis zur finalen Übergabe der Fotos an euer Brautpaar. Und dieses Video soll vor allem für all diejenigen sein, die sich überlegen, vielleicht in die Hochzeitsfotografie einzusteigen, sich aber unsicher sind, wie sie vorgehen und natürlich vielleicht auch für diejenigen, die schon den ersten Termin haben und jetzt mit Schrecken dem entgegenfiebern und sagen, ja, wie machst du es denn jetzt am besten? Das heißt in diesem Video mein kompletter Hochzeitsleitfaden, wie du als Fotograf erfolgreich deine ersten Hochzeiten über die Bühne bringst. Hochzeitsfotografie, Geld verdienen mit den eigenen Fotos. Im Grunde ja eine tolle Vorstellung, oder? Die Hochzeitsfotografie bietet sich da natürlich an. Ich habe über viele Jahre viele hunderte Hochzeiten begleitet und möchte euch mal mitnehmen in diesem Video auf die Vorbereitung, die Durchführung und natürlich die finale Beendigung einer Hochzeit, einer Veranstaltung, so dass du, wenn du demnächst vielleicht eine Hochzeit fotografieren möchtest, schon mal gute Anhaltspunkte, gute Tipps für einen reibungslosen Ablauf hast. Eine Hochzeit ist in viele unterschiedliche Blöcke eingeteilt und so machen wir das hier auch im Video. Das allererste, wenn du anfängst, wenn sich ein Brautpaar vielleicht für deine Arbeit interessiert, vielleicht für dein Angebot schon interessiert, du hast vielleicht eine Anfrage aus dem Bekannten, aus dem Verwandtenkreis, dann ist das A und O die Durchführung eines ersten Vorgespräches, eines sogenannten Erstgesprächs. Das Erstgespräch, da erklärst du nämlich nicht nur, was möchte das Brautpaar, sondern auch, ist es überhaupt deine Hochzeit? Ich habe hier mal meinen Hochzeitsordner, ich muss mal raufgucken, 2020 rausgesucht. Da sind meine Verträge und Aufträge für 2020 drin verstaut, musst du ja alles aufheben. Das heißt, das Vorgespräch. Was ist denn so wichtig am Vorgespräch? Im Grunde solltest du keine Hochzeit durchführen, indem du nicht ein Vorgespräch mit dem Brautpaar durchgeführt hast? Heute muss das nicht mehr unbedingt persönlich bei dir im Studio sein, vielleicht beim Brautpaar selber, sondern es gibt natürlich auch Möglichkeiten der Videotelefonie, WhatsApp, Video, FaceTime und diese nicht alle heißen. Es gibt ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Aber du solltest definitiv ein erstes Vorgespräch durchgeführt haben, um nämlich auch zu gucken, ob die Chemie stimmt. Ja, was nützt dir das schönste Angebot? Und da spreche ich aus Erfahrung, wenn die Chemie zwischen dir und Brautpaar nicht stimmt. Dann kann ich dir nämlich, auch wenn es natürlich am Anfang, wenn du am Anfang stehst, schwer ist zu sagen, nee, die Hochzeit, ich weiß nicht, ich glaube, die ist nichts für mich. Ich kann das ja, ihr lernt jemanden kennen und auf den ersten fünf Minuten denkt ihr schon, boah, den kannst du überhaupt nicht leiden. Und so ähnlich kann das auch in der Hochzeitsfotografie sein. Auch bei mir war es in all den Jahren so, dass jedes Jahr immer mal so zwei, drei Hochzeiten dazwischen waren, wo ich bis zum Vorgespräch gekommen bin und dann gesagt habe, ihr Lieben, ich glaube, wir passen nicht zusammen. Und zusammen zu passen zum Brautpaar, auch wenn es sich jetzt erstmal eigenartig anhört, ist sehr, sehr wichtig in der Hochzeitsfotografie. Denn die Hochzeitsfotografie ist ja ein sehr, sehr persönlicher Moment, ein sehr intimer Moment mit dem Brautpaar. Und im besten Fall solltest du als Hochzeitsfotograf mit dem Brautpaar umgehen können wie ein guter Freund. Das ist die optimale Situation. Natürlich ist es am Anfang schwer, du darfst nicht auf den Mund gefallen sein, du musst natürlich einfühlsam sein. Aber im Laufe des Videos zeige ich dir, wie all das du erreichst und vor allem auch, wie du das Brautpaar natürlich an die Hand nehmen kannst. Das heißt, erster Akt in der Fotografie, also nicht in der Aktfotografie, sondern der erste Akt, den du mit dem Brautpaar natürlich machst, ist das Vorgespräch. Und da musst du natürlich vielleicht von dir überzeugen, wenn sie es noch nicht sind, wenn sie vielleicht eine Anfrage haben. Das heißt, du kannst ihnen ja schon mal zeigen, was kannst du, was bietest du, wo ist dein Mehrwert? Bei mir zum Beispiel ist es immer so gewesen, dass ich keine Fotolimits habe. Da kann ich auch jedem von abraten. Das ist so ein bisschen wie durch die Hintertür nochmal Geld verdienen mit diesen Fotolimits. Auch ich habe es immer wieder gehört von Brautpaaren, die zu mir gekommen sind. Und die erste Frage war, wie viele Fotos sind da bei dir inklusive? Das ist so ein bisschen übrig aus der analogen Fotografie. Da hat man immer gesagt, so 336er Filme, die Bilder sind inklusive. Und alles, was ihr darüber hinaus, was ich dann mache, das müsst ihr extra bezahlen. Das haben einige pfiffige Fotografen übernommen. Und ist natürlich im Grunde ja sehr undurchsichtig. Für den Kunden ist es doch viel transparenter, wenn er weiß, dass es kein Fotolimit gibt. Das Fotolimit ergibt sich ja im Grunde durch den zeitlichen Ablauf. Und wenn ihr gut seid in der Fotografie, auch natürlich durch euer geschultes Auge, wie viele Fotos macht ihr? Und ganz ehrlich, heute in der digitalen Fotografie ist es ja schon deutlich einfacher, Fotos auch zu entwickeln. Das heißt, so dieses Fotolimitsetzen und danach müsst ihr, habe ich auch alles schon gehört, danach müsst ihr pro Foto ein oder 5 Euro bezahlen. Mich hat meine Braut gefragt, Rico, was hätte denn der andere Fotograf gemacht, wenn jetzt diese 100 Fotos voll gewesen wären? Hört er dann auf zu fotografieren? Nein, natürlich nicht. Der zeigt doch erst mal 100 Fotos und plötzlich ist irgendwo da, wo es spannend wird, Schluss. Und dann sagt er, ja, die nächsten Fotos kostet aber jedes Foto 1 Euro oder vielleicht so 5 Euro, habe ich auch schon gehört. Das finde ich eine Unverschämtheit. Das heißt, bei mir ist ganz klar, der Preis unterm Strich beinhaltet alles inklusive der Entwicklung. Also kein Fotolimit oder sonstiges. Da solltet ihr transparent sein. Das verhilft euch schon mal immer ganz weit nach vorne. Und dann müsst ihr natürlich Informationen sammeln im Vorgespräch. Das ist ganz, ganz wichtig. Guckt erst mal, denn nur so wisst ihr auch, passt das Ganze zusammen. Ja, wo, wie viel und was wollt ihr? Ich habe mir dafür angewöhnt, einen entsprechenden Vordruck zu machen. Auch das wirkt natürlich immer entsprechend anders auf den Kunden. Wenn ihr vielleicht im Vorgespräch seid, im Persönlichen, ihr trefft euch irgendwo, vielleicht auch im Café oder wo und du hast deinen Vorbereitungszettel mit. Ich habe mir einfach mal hier so eine Vorbereitung, das ist schon ein bisschen ausgenuddelt, der hier, vorbereitet. Und da sind alle wichtigen Daten für mich drauf, die ich mit der Zeit mir vorgenommen habe. Das heißt natürlich Name, Vorname der Braut. Es gibt nichts Dümmeres, als wenn du plötzlich in der Hochzeit stehst und sagst, Bräutigam, wie hieß er, wie hieß er, wie hieß er, kannst du ja nicht rufen, junger Mann da mit dem Anzug, der heute besonders gut aussieht, guck mal zu mir. Ja, also Vornamen, das muss drin sein. Dann entsprechend die Zeiten. Was ist geplant? Ist das Get Ready mit drinne? Und so weiter. Da habe ich mir hier schon Ankreuzkästchen einfach nur vorbereitet. Gibt es bei mir ein Kreuz und fertig. Und dann weiß ich nach hinten raus auch für die Planung, die eigene Planung in der Hochzeit, worauf muss ich mich vorbereiten. Ja, also gerade wenn ihr nachher mehr Aufträge habt, ja, ich habe teilweise bis zu 100 Aufträge im Jahr gehabt, dann erinnerst du dich manchmal auch nicht mehr so richtig, ja, was hat mir jetzt besprochen. Und dann ist es ganz wichtig, du hast es für dich auch schwarz auf weiß. Beim Vorgespräch, ganz wichtig, Fragen, wie viele Leute kommen. Ja, ganz, ganz wichtig. Was stellt ihr euch vor an Fotos? Sollen Einzelfotos gemacht werden? Sollen Fotos mit bestimmten Personen gemacht werden? Ist euch was wichtig? Das musst du wissen. Du musst vor allem die Anzahl der Gäste wissen. Denn nachher nach hinten raus wollen ja viele mit dem Brautpaar noch Fotos machen. Und wenn du schon weißt, dass du 200 Gäste hast und das heißt 200 Pärchen im besten Fall, dann hast du 100 Fotos extra, die du mit dem Brautpaar machen musst. Dann weißt du, okay, mit einer halben Stunde Gästefotos ist es eben nicht getan. Das ist wichtig für dich zu vorbereiten. Auch zur Planung, zu ein bisschen Eintaktung der Zeit. Und dann fragst du natürlich alles andere auch ab. Ja, was habt ihr euch vorgestellt? Ist freie Trauung? Ist eine standesamtliche Trauung? Wie soll das Ganze vonstatten gehen? Ist es drinnen? Ist es draußen? Ist nachher wichtig natürlich für deine Ausrüstung und so weiter und so fort. Und natürlich kommen auch Fragen von den Brautpaaren. Also im besten Fall. Oftmals ist es so, dass gerade die Brautpaare dir Fotos zeigen. Oft sind es natürlich die Frauen, die schon mal geguckt haben und dir dann entsprechende Fotos präsentieren. Hochglanzfotos, meistens aus Magazinen von irgendwelchen Brautposen. Und auch hier ist es ganz wichtig, ehrlich zu sein. Seid ehrlich zum Brautpaar. Schätzt euch selber ein. Schätzt euch selber ehrlich ein. Für euch müsst ihr ehrlich sein. Kann ich das fotografieren? Oftmals sieht man schon, dass diese Fotos dann zum Beispiel im Sonnenuntergang, ja, Braut ist perfekt ausgeleuchtet im Hintergrund, ist ein Sonnenuntergang, was brauchst du? Ja, dann kommst du mit einem Aufsteckblitz nicht weiter. Du brauchst dann einen entsprechend großen Blitz, einen externen Blitz, der blitzen kann. Ist schwierig. Musst du transparent die Leute darauf hinweisen? Musst du sagen, ja, also Pose, ja, würde gehen, aber im Sonnenuntergang, da brauche ich vielleicht im schlechtesten Fall noch einen Second-Shooter, der mich begleite, weil der den Blitz stellen muss, etc. Das ist sehr, sehr aufwendig. Du musst die Leute eben dann auch darauf hinweisen, dass bestimmte Sachen, wenn du selbst der Meinung bist, du kannst es nicht und sei transparent mit dir selber. Weise sie darauf hin. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn ihr am Anfang das Blaue vom Himmel versprecht und sagt, ja, kein Problem, habe ich schon gemacht hier. Harrison Ford habe ich schon fotografiert. Kein Problem, als der geheiratet hat. Nicht Sachen versprechen, die ihr nicht könnt, die ihr noch nie gemacht habt. Das ist ganz, ganz schwierig, denn sie verlassen sich nachher darauf. Und sie erwarten das. Nach hinten raus gibt es dann wieder eine schlechte Mundpropaganda. All das ist wichtig. Und wichtig ist auch, versucht nicht andere Fotografen zu imitieren. Viele Brautpaare werden zu euch kommen und werden sagen, wir haben einen tollen Hochglanzfotografen, der dreimal so viel Geld verlangt wie du, aber du möchtest genau die gleichen Fotos machen. Man kann posen, die kann man nachstellen. Gewisse Posen, das ist ganz klar. Aber nicht den Stil eines Fotografen. Denn wenn du anfängst, jemand anderes zu imitieren, dann wirst du nicht so arbeiten, wie du sonst arbeitest. Sondern du hast ja immer diesen Krampf, ich muss jetzt gucken. Und dann neigst du vielleicht dazu, dir sogar noch das Handy nochmal aufzumachen. Ja, was hat der denn jetzt fotografiert? Weise darauf hin, dass du keinen Stil imitierst. Du hast einen eigenen Stil. Im besten Fall hast du vielleicht schon so ein kleines Portfolio, was du zeigen kannst. Und darauf musst du hinweisen. Das ist ganz, ganz wichtig, ihr Lieben. Viele neigen am Anfang dazu. Hauptsache, ich kriege den Auftrag. Hauptsache, das geht. Ich mache alles. Ich kann alles. Ja, das ist aber schwierig, weil nach hinten raus wird es dann nämlich nichts. Und beim Thema Allesmachen kommen wir dann auch schon zur entscheidenden Frage. Wenn du so nach fünf bis zehn Minuten merkst, der Funke ist bei euch nicht übergesprungen, du wirst nicht so richtig warm mit dem Brautpaar, dann solltest du auch dir und dem Brautpaar so ehrlich gegenüber sein und vielleicht auch einen Auftrag ablehnen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr euch dann tatsächlich über alles einig seid, das heißt, du merkst, mit dem Brautpaar, das funktioniert. Das ist wie gute Freunde fotografieren. Du hast dir alle wichtigen Sachen notiert. Dann ist es natürlich wichtig, eine Fotovereinbarung, einen Vertrag anzulegen. Verträge gibt es im Internet, einige kostenlose Downloads. Ich würde tatsächlich dazu tendieren, so habe ich es auch gemacht, mir das Ganze vielleicht mal doch auf einer Seite auch. Gewisse Anwälte bieten so Vordruck an, weil die sind safe. Heute DSGVO. Also ich hatte zum Beispiel mal als kleines Beispiel mal den Fall, dass ich eine Hochzeit fotografiert habe, habe ein Gruppenbild gemacht und im Nachhinein hat sich dann jemand beschwert, er hätte nicht gewusst, dass er fotografiert wird. Ja, ist ja auch schwierig zu sehen, wenn auf der einen Seite ganz viele Leute stehen und auf der anderen der Fotograf, der sagt, ja, hier so, noch ein bisschen so und zack, jetzt gibt es ein Foto. Ja, wer weiß ja, dass mal fotografiert wird. Und da musst du dich absichern. Das heißt, in meinen entsprechenden Hochzeitsverträgen, meiner sieht so aus hier, das ist mein Deckblatt und dann gibt es tatsächlich einige Seiten, wo zum Beispiel alles festgehalten ist. Ihr müsst zum Beispiel festhalten für den Fall, dass vielleicht mal die Zahlung nachher nicht kommt, dass, ja, wer ist denn hier Gesamtschuldner? Ja, in dem Fall ist es das Ehepaar. Das heißt, ihr braucht die genauen Anschriften nachher auch dafür. Dann natürlich alle Vereinbarungen, die ihr getroffen habt. Ja, bei mir steht dann auf der nächsten Seite oben zum Beispiel, welcher Preis ist vereinbart. Ja, manche Brautpaare neigen ja auch am Ende der Feier dazu, da setzt ein gewisser Gedächtnisverlust manchmal ein. Ja, die kann sich gar nicht erinnern, was sie dann zu dir gesagt haben. Deswegen ist es wichtig, sowas nicht auf Handschlag machen, immer festhalten. Und natürlich Sondervereinbarungen etc. Freigabe steht bei mir zum Beispiel mit drin, für die Fotos, dass ich sie für mich, für Werbezwecke nutzen kann. Auch das ist ganz wichtig natürlich, um dein Portfolio aufzubauen. Nicht einfach sagen, ich fotografiere das, dann nachher sagen, ja, ich bin ja der Urheber der Fotos. Ja, ja, aber das Brautpaar hat natürlich auch ein entsprechendes Recht am Foto, am eigenen Bild. Das heißt, einfach verwenden dann ist nicht. Das müsst ihr absprechen. Bei mir war es, da ich ja ohnehin ein großes Portfolio dann irgendwann aufgebaut habe, dass ich gesagt habe, pass auf, das ist freiwillig. Ja, manche Fotografen sagen dann, ja, wenn du das nicht willst, dass ich das nutzen kann, dann musst du 20% mehr bezahlen. Setzt die Brautpaare nicht unter Druck. Davon würde ich abraten. Ja, auch wenn man dann denkt, ja, super, dann müssen sie, dann machen sie das bestimmt, weil sonst wird es ja teurer. Die springen eher vom Auftrag ab. Ja, und dann gibt es noch allerlei rechtliche Sachen. Neben der Unterschrift, ja, seitenlang. Früher war meine Hochzeitsvereinbarung mal drei Seiten. Mittlerweile hat sie dann doch einige mehr umfasst. Ihr habt es gesehen. Es geht einfach um rechtliche Dinge. Veröffentlichungsrecht. Ihr müsst sehen, dass ihr in eurer Vereinbarung tatsächlich auch dieses Recht für die Verantwortung an der DSGVO, also dass alle Teilnehmer der Hochzeit auch tatsächlich damit einverstanden sind, fotografiert zu werden. Das ist ja ein Problem heute, ne? Dann ist es tatsächlich so, dass ich das auf das Brautpaar abwechsel, äh, abwälze. Das heißt, bei mir im Vertrag steht ganz eindeutig drin, das Brautpaar bestätigt mir, dass sie die Genehmigung aller Gäste vorliegen hat. Und damit seid ihr dann nämlich als Fotograf fein raus, ja. Im Grunde sage ich auch auf den Veranstaltungen das gerne nochmal so ein bisschen als lustige, kleine Einleitung. Wenn wir gerade im Standesamt sitzen, bevor die Fotos anfangen, dann spreche ich es nochmal an und sagt, ihr werdet fotografiert. Und damit ich es einfacher habe, falls jemand kein Foto haben möchte, am Eingang vorne sitzt ein, äh, steht ein kleines Schild. Da sind so Klebemarken mit so roten Kreisen drauf. Und wer nicht fotografiert wäre, müsste sich so ein Ding auf die Stirn kleben, damit ich nachher natürlich weiß, ah, okay, den darfst du nicht fotografieren. Also spätestens da, ähm, wird keiner mehr etwas gegen euer Foto sagen. Und du hast natürlich schon mal für ein bisschen Aufheiterung gesorgt. Tja, das war es am Anfang. Erster Punkt, ganz wichtig, Vorgespräch. Alle Sachen klären, gucken, ist das harmonisch mit dem Brautpaar. Dem Brautpaar ganz klar sagen, was es in deiner Leistung mit inkludiert. Ja, und dann natürlich unterschreiben lassen. Ganz wichtig, ne, wenn das Brautpaar nachher losgeht und sich auch nicht dran erinnert, dann ist es schwierig. Du brauchst es schwarz auf weiß. Und damit ist die erste Hürde, und zwar das erste Vorgespräch, schon in sauberen Tüchern. Wie gesagt, ganz wichtig, sei transparent. Das wird auch immer natürlich überzeugend für das Brautpaar und erfindet keine Sachen oder denkt euch nicht irgendwann aus. Ja, und dann kann es schon weitergehen. Dann geht es nämlich an die Vorbereitung und an das Packen eures Fotorucksacks. Ja, was braucht man denn jetzt zum Fotografieren einer Hochzeit? Ich kann dich beruhigen, du brauchst nicht die teuerste und professionellste Kamera. Aber du solltest eine gute und eine funktionierende Kamera haben. Das heißt, allzu alt sollte sie nicht sein. Tatsächlich war es bei mir so, durch auch die große Anzahl der Hochzeiten, die ich pro Jahr fotografiert habe, dass ich einmal im Jahr meinen Kamerabody ausgetauscht habe. Ganz einfach der Tatsache geschuldet, dass jeder Body dann weit über 100.000 Auslösungen hatte. Und dann kann es natürlich schon mal sein, dass so ein Kamerabody dann auch mal den Geist aufgibt. Und das ist tatsächlich der Worst Case auf einer Hochzeit. Du bist mit einem Kamerabody da und ja, er verlässt dich. Das heißt, am Anfang würde ich tatsächlich einen möglichst modernen Kamerabody mitnehmen. Das heißt, Kamerabody, ja, Vollformat, sollte selbsterklärend sein. Und vor allem sollte es ein Kamerabody sein, eine Kamera, mit der du arbeiten kannst, die du tatsächlich blind, und das sage ich auch immer auf meinen Workshops, die Kamera zu bedienen, ist am besten, wenn ihr euch mal alle Bedienfelder anschaut, alle für euch wichtigen Knöpfe, alle Bedienelemente. Und die müsst ihr, macht mal das Licht aus, macht mal einen dunklen Raum und die müsst ihr dann blind bedienen können. Und wenn ihr soweit seid, dann könnt ihr auch noch Zeit fotografieren. Denn da ist es tatsächlich so, dass du im Grunde nicht die Zeit hast, auf deine Kamera zu gucken, wo war denn jetzt hier der Fokus, wo stelle ich den nochmal ein, sondern das muss drinnen sein. Das muss wie beim Autofahren sein, ja, überlegst du auch nicht, wo war denn jetzt der Blinker? Links, rechts, da muss ich mit den Füßen irgendwo rauftreten. So sollte es bei einer Kamera sein. Und der Kamerabody, wenn du den beherrschst, im Vollformat, dann hast du einen guten Kamerabody. Bei mir ist es tatsächlich so, es ist kein Muss. Ich kenne viele Fotografen, die nur mit einem Kamerabody unterwegs sind. Ich habe zwei. Das ist aber einfach auch nur der Tatsache geschuldet, dass ich vor Ort nicht die Objektive wechseln muss. Denn du hast nicht immer überall optimale Bedingungen. Ja, du bist vielleicht irgendwo auf den Hochzeit, überall Seifenblasen und keine Ahnung, Staub und das ist draußen irgendwo. Jetzt fängst du an, dein Body zu wechseln, dann hast du Staub auf dem Sensor und, und, und. Da fährst du am besten mit, wenn du zwei festmontierte, also ohne sie wechseln zu müssen, Objektive hast. Und dann geht es natürlich um die Auswahl der Objektive. Ja, viele Fotografen sagen, ja, 24-70-2-8 ist das Nonplusultra. Ja, habe ich auch, aber tatsächlich habe ich die meisten meiner Hochzeiten mit einem 24-105 f4 fotografiert. Teilweise von Sigma, teilweise natürlich L von Canon. Denn du wirst mit diesen 24-105, mit der 2-8er Blende, die wirst du immer überall da nutzen, wo du indoor bist. Im Standesamt oder auch entsprechend in der Kirche. Und was hast du da? Du hast das Problem, dass du oftmals das Brautbad zum Beispiel versetzt fotografierst. Du wirst sie nie auf einer Fokusebene bekommen. Und dann mit einer Blende 2-8 zu fotografieren, ist fatal, denn dann wird nämlich einer von beiden wird immer unscharf sein. Und auch die Brennweitenverlängerung von 24-70 auf 24-105 ermöglicht es dir, der Braut nicht permanent auf dem Schoß zu sitzen oder dem Bräutigam beim Fotografieren. Gerade so Geschichten wie der Ringwechsel, das Unterschreiben. Da ist es wichtig, dass du dabei bist, dass nicht du der Mittelpunkt bist. Ja, also dir unterschreiben, dann darfst du nicht hier mit deiner Kamera zack rangehen, sondern du solltest dezent trotzdem irgendwie im Hintergrund bleiben. Und diese Mehrbrennweite von 70 zu 105, die ich genutzt habe in den letzten Jahren immer, die hat mir tatsächlich dazu verholfen. Das ist eine Ansichtssache. Wenn du sagst, 24-70 ist das Ultimo, ja, dann ist das so. Ich bin mit dem 24-105, obwohl ich einen 24-70 habe, immer gut bedient gewesen, denn abgeblendet habe ich ohnehin. Das sind die normalen Situationen. Jetzt gehen wir natürlich zum Brautpaar-Shooting. Das sind Situationen, die gestellt sind. Das heißt, ihr stellt das Brautpaar hin, ihr positioniert das Brautpaar. Da ist es natürlich schon ein bisschen wichtiger, Wookiee zu bekommen, einen schönen, unscharfen Hintergrund. Da bieten sich zwei Arten an. Das erste ist natürlich eine Festbrennweite. Ist die günstigere Alternative. Ich habe hier zum Beispiel auch sehr gute Erfahrungen mit dem Tamron 85mm gehabt. Hat eine Offenländer 1.8. Festbrennweite. Ja, da ist dann eben der entsprechende Zoom deine Füße. Da musst du dich halt ein bisschen mehr bewegen. Wenn dir das zu viel ist und du vielleicht auch denkst, naja, vielleicht möchte ich doch in manchen Situationen nicht so dicht rangehen, dann kann ich dir nur empfehlen ein 70-200. Und beim 70-200 jetzt hier mittlerweile in der neuesten Generation RF bei mir, da habe ich tatsächlich immer aufs 2.8er gesetzt. Das 2.8er, weil dieses bisschen mehr Offenblende, also ein bisschen mehr im Vergleich zu 4.0, macht sehr, sehr viel bei Bouquet aus. Das ist halt dieses Nonplusultra nach hinten raus, wo das Brautpaar ihm sagt, das erwarte ich. Diese Unschärfe, dieses tolle Bouquet, das ist es, was ich haben möchte. Und du bist natürlich deutlich flexibler als mit einer Festbrennweite. Ja, 70-200 hast du eine gute Range, in der du arbeiten kannst. Nachher auch, wenn es an die Feier geht, wenn es an Gratulationen geht. Du stehst dann eben nicht mittenbei, sondern du kannst dich ein bisschen zurückziehen. Und mit deinen 200 Millimeter bist du trotzdem mitten im Geschehen. Ja, und dann ist natürlich ganz wichtig, neben den Kamerabodys, die du beide beherrschen solltest, neben den passenden Objektiven, Speicherkarten. Nehmt euch lieber eine Speicherkarte mehr mit, als eine Speicherkarte zu wenig. Und tatsächlich vielleicht auch nicht eine exorbitant große Speicherkarte, sondern im Grunde lieber eine Größe 64, 128 GB. In der Regel habe ich 128 GB. Die wirst du an einem Tag, wenn du mit zwei Bodies arbeitest, kriegst du die nicht voll. Ja, selbst wenn du RAW fotografierst und ein kleines JPEG noch dazu. RAW ist natürlich eine grundlegende Voraussetzung zu fotografieren. Kriegst du sie nicht voll. Ja, da kriegst du drei, sechs, da hast du 6.000 Fotos nachher. Wenn du so viel gemacht hast, ja. Aber steck dir einmal Ersatz mit ein. Und wichtig, Akkus. Steckt euch reichlich Akkus mit ein, ja. Lieber zwei Akkus mehr, als zu sagen, puh, ja, habt ihr irgendwie ein Ladegerät? Ich müsste jetzt mal meinen Akku aufladen, ja. Also lieber pro Kamera. Wenn ihr einen Akku drin habt, würde ich mindestens auf jeden Akku, den ihr drin habt, nochmal zwei Ersatz pro Kamera dann haben. Da bietet es sich natürlich an, ich habe es immer so gehalten, bei Canon, ich bin mit Canon unterwegs, wenn ihr den gleichen Akku im gleichen Body verbaut oder einen bauartähnlichen Akku, der Body, der natürlich den gleichen Akku hat, dann könnt ihr untereinander wechseln. Ja, vielleicht brauchst du eine Kamera nicht so viel, dann hast du zum Schluss nochmal ein bisschen Akku übrig. Also ganz, ganz wichtig, Akkus. Und dann solltet ihr euch ein System aneignen. Bei mir ist es so, ich habe euch ja schon mal vorgestellt, diesen Lünker Holsterclip. Es gibt viele Clips, mit denen du deine Kamera zum Beispiel am Rucksack oder auch am Gürtel befestigen kannst. Ich finde es ziemlich albern, wenn die Fotografen immer mit so einem riesen Rucksack rumlaufen. Ich stelle meinen meistens beim DJ ab oder stelle ihn irgendwo im Standesamt ab und sehe dann, dass ich beide Kamerabodys griffbereit habe. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du einen Body im Rucksack hast und jetzt mitten in der Trau, die sind kurz vorm Ja-Wort sagen, und du dann schnell zu deinem Kamerahucksack huscht und sagen musst, oh verdammt, jetzt muss ich aber, ich brauche noch die zweite Kamera, Reißverschluss auf Kamera rausgeholt, dann hast du definitiv den Vorteil, dass alle Augen auf dich gerichtet sind. Das heißt, die Kamera ist eine Möglichkeit, am Gürtel befestigen. Es gibt ja Clips für den Gürtel an jeder Seite. Sieht vielleicht erstmal für den außenstehenden albern aus, aber du hast sie griffbereit. Du kannst jederzeit leise, unauffällig die Kamera wechseln. Das ist das A und O. Und natürlich die Frage nach dem Blitz. Auch die Frage habe ich oft gestellt bekommen, blickst du auf Hochzeiten? Viele sagen ja, available light ist das Nonplusultra. Ja, dann gehen wir an eine dunkle Kirche, ein dunkles Standesamt. Rostock hat ein sehr prädestiniertes Standesamt, haben wir zwei große Räume, einen sehr schön und der anderen schön mit dunklem Holz getefelt. Ja, da schießt der I so hoch wie nichts Gutes. Da kann man, sollte, muss man blitzen. Genauso Tageszeit. Ja, viele Brautleute freuen sich. Ja, Rico im Vorgespräch. Wir haben um 12 Uhr die Trauung. Ja, hoffentlich scheint die Sonne. Und du denkst nur, nein, hoffentlich scheint sie nicht, weil wir haben dann ein ganz furchtbares Licht. Das heißt, ja, da wird geblitzt. Blitz sollte zuverlässig sein. Er sollte eine gute Recycle Time haben. Also so ein ganz, ganz günstiger Blitz, der ewig braucht, um wieder nachzuladen. Der ist schwierig. Ich habe sowohl von Canon, mittlerweile in den letzten Shootings habe ich einen von Godox mitgehabt. Zeige ich euch aber nachher nochmal, warum. Denn blitzen muss zuverlässig sein. Hier bei Godox zum Beispiel, der hat einen integrierten Akku. Der hat eine super schnelle Recycle Time. Da könnt ihr echt auch mal Dauerfeuer geben. Und ihr dürft natürlich nicht frontal blitzen. Ihr seht es hier bei meinem Canon Blitz. Da ist quasi nochmal so ein kleiner Stoffdiffusor. Der kostet nicht viel Geld, aber der macht ein völlig anderes Licht. Und ihr seht es auch, meine Blitze sind alle noch so ausgerichtet. Niemals, ihr Lieben. Niemals. Aber da mache ich euch nochmal ein separates Video. Im Übrigen für alle, die es interessiert, auf der Photopia in Hamburg. Dieses Jahr, 2023, am Sonntag, am Transcontinental-Stand. Godox. Da gibt es einen Vortrag von mir zum Thema Blitzen bei Hochzeiten. Wer da Bock drauf hat, kommt vorbei. Erfahrt ihr ein bisschen mehr über das Blitzen bei Hochzeiten. Deswegen lassen wir den Blitz jetzt mal hier liegen. Also Blitz, ja, habe ich immer mit. Nutze ich auch sehr viel. Und dann ist es das auch schon. Packt euch auch den Kamerauksack nicht unnötig voll. Was wichtig ist, packt euch noch ein Wasser mit ein. Wasser ist ganz, ganz wichtig. Packt es euch mit ein. Es ist ja nicht garantiert, dass für dich ein Sekt vorbereitet ist, für dich ein Wasser. Das sollte natürlich mit, das sollte eigentlich klar sein, aber ist nicht überall gegeben. Ja, das ist einfach so. Dass du für dich quasi autark versorgt bist. Pack dir vielleicht noch einen Schokoriegel ein zwischendurch, damit du eben gut gewappnet bist. Und das war es schon für die Vorbereitung. Das heißt, Kamerauksack ist gepackt, Akkus sind eingepackt, sind auch voll. All das solltest du am Vortag machen. Nicht vielleicht morgens, sondern, und dann vielleicht noch so, oh, wo ist mein Akku? Sondern das sollte am Vortag. Zack. Zur Not macht ihr eine Checkliste. Schreibt ihr alles auf, was du brauchst, hakt es ab, packt es in den Kamerauksack und dann bist du fit. Und dann geht's los. Dann geht's los zur Trauung. Und dann geht's zum Termin. Es geht also zum Termin. Es geht zur Trauung. Je nachdem, was ihr vereinbart habt, wirst du entweder vielleicht schon beim Get Ready dabei sein. Das ist von nicht so vielen Brautpaaren gewünscht, sondern viele gucken natürlich auch ein bisschen auf den Preis. Im Grunde wirst du vielleicht wahrscheinlich erst zur Trauung dazustoßen. Und hier ist das A und O natürlich erstmal deine angemessene Kleidung. Die Kleidung sollte gut gewählt sein. Du solltest niemals in einem Overdresden-Anzug dort aufschlagen. Und du solltest im Vorfeld auch mit dem Brautpaar geklärt haben. Im Vorgespräch, was habt ihr dann an? Hat die Braut tatsächlich ein weißes Kleid an? Ich habe schon alle Farben von Hochzeitskleidern fotografiert. Schwarz, pinke, lila, ähm, e-crü heißt das ja, ist ja nicht ganz weiß. Weiß, also, und auch alle Formen. Das ist auch wichtig im Vorfeld nochmal zu klären, ja, bevor es tatsächlich jetzt losgeht. Denn auch anhand des Kleides, an der Form des Kleides, wisst ihr zum Beispiel, dass ihr bestimmte Posen nachher im Shooting nicht machen könnt, weil es geht mit dem Kleid nicht. Ja, also das ganz wichtig. Und dahingehend müsstet ihr entscheiden, was ihr anhabt. Also mir ist auch schon mal passiert, dass ich im Anzug da war, ähm, und ich war overdressed da als Bräutigam und teilweise haben mir die Passanten gratuliert. Ja, weil wir gingen dann zum Brautpaar-Shooting und alle haben mir herzlichen Glückwunsch gewünscht und ich sage, ich bin nur der Fotograf. Das tut mir sehr leid, ja, aber vielen Dank für die Glückwünsche. Auch das kann passieren. Das heißt, du brauchst eine angemessene Kleidung. Das kann auch ein Hemd und entsprechend nur eine Weste sein, ja. Eine angesprechende, eine ansprechende Hose. Das muss keine Anzughose sein. Schwarze Jeans. Eine gute Jeans hat mir gute Dienste geleistet. Da guckt keiner im Grunde ja auch auf dich. Sie muss bequem sein. Und du musst bequeme Schuhe haben. Es nützt nichts, wenn du die tollsten Hochglanz-Sneaker hier anhast, habe ich beinahe gesagt, Slipper anhast, ähm, die, wo dir die Füße drücken. Weil du wirst sehr, sehr viel laufen in dem Termin. Das heißt, angemessen, aber für dich superbequeme Kleidung. Und ein Tipp an der Stelle noch, Schuhe. Überprüft eure Schuhe, die ihr für die Hochzeit anziehen wollt, auch wenn ihr vielleicht Turnschuhe anhabt. Überprüft die mal in verschiedenen Untergründen, ja. Quietschen die. Es gibt nichts Schlimmeres. Wenn ihr Schuhe habt, ihr kommt ins Standesrein rein und es macht quietsch, 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 weil der Hochzeitsfotograf kommt, ja. Dann crasht ihr sowieso alles. Also das müsst ihr vorher ausprobieren. Kein Witz. Verschiedene Oberflächen mal, wenn ihr die Möglichkeit habt, geht das mal ab. Und dann geht's zur Location. Tipp zur Location. Ihr werdet vielleicht am Anfang noch nie vorher da gewesen sein an einer Location. Wenn ihr nachher mit den Jahren immer mal wieder da wart, kennt ihr die. Ihr kennt eure Spots, mit denen ihr arbeitet, wo ihr mit dem Brautpaar hingeht, wo ihr mit den Gästen hingeht. Wenn ihr noch nie an einer Location wart, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr reichlich vorher da seid. Bei mir ist es ohnehin so, selbst an Location, die ich kenne, plane ich meine Anfahrt, dass ich mindestens 40 Minuten vorher da bin. Hört sich erstmal viel an, aber du brauchst diese Zeit. Hier erkläre ich euch gleich, warum. Kennt ihr die Location nicht? Seid vorher da. Ruhig eine Stunde, anderthalb. Guckt euch das Ganze an. Guckt euch das Areal an. Wo findet es statt? Wie steht die Sonne? Kann ich da überhaupt mein Foto machen? Ist eine tolle Treppe, aber alle gucken total in die Sonne. Gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit, ein Gruppenfoto zu machen? Das müsst ihr für euch vorher abklären. Denn nur so könnt ihr natürlich auch dem Brautpaar im Nachhinein dann, wenn die Trauung stattgefunden hat, ein sicheres Gefühl geben. Denn das ist das A und O. Das heißt, ihr seid rechtzeitig da. Ganz wichtig auch vor der Trauung. Ihr begrüßt erstmal die Brautleute, wenn sie schon da sind. Und dann sprecht mit der Traurednerin, dem Trauredner, dem Standesbeamten, der Standesbeamtin. Wenn ihr sie noch nicht kennt, stellt euch kurz vor, sagt, ich bin der Fotograf, ich habe ein paar Fragen. Denn jeder Standesbeamte macht den Ablauf anders. Und das ist ja wichtig, während des Ablaufes zu wissen, wo man stehen muss. Das heißt, ihr müsst klären, was machst du? Wie ist das? Was stört dich? Darf ich überhaupt? Also ich habe in Schwerin mal eine sehr, sehr bissige Standesbeamtin gehabt, die mir einem Platz zugewiesen hat. Und wir sind dann nach einem kurzen Wortabtausch dann dazu gekommen, dass es doch vielleicht besser ist, wenn der Fotograf sich frei bewegen kann, weil das Brautpaar ja dafür bezahlt. Das heißt, absprechen. Es gibt Standesbeamte, die sagen, ja, ich möchte nicht, wenn du direkt über mich rüber blitzt oder sowas. Alles verständlich. Also kurz ansprechen, wenn ihr den oder diejenigen noch nicht kennt, die das Ganze durchführen und dann klären, wie ist denn der Ablauf? Ja? Machst du zuerst die Unterschrift, wird zuerst unterschrieben, gibt es zuerst den Ringwechsel, müssen zum Unterschreiben des Brautpaars, schiebst du diese Unterlagen nur rüber oder kommen sie rum zu dir am Tisch, blicken dann quasi auf ihre Gäste. All das ist essentiell für den Zeitpunkt deines Fotos. Denn nur daran weißt du, und oftmals sehe ich die erstaunten Gesichter, wenn ich leise aufstehe, weil ich weiß, jetzt endet die entsprechende Einleitung der Standesbeamtin, es kommt jetzt zum Ja-Wort, zur Unterschrift, dann wechsle ich schon leise meine Position. Und oftmals gucken mich dann Gäste so, du siehst das in den Blicken, ja, wo will denn hin? Ist doch noch gar nicht fertig. Und im Nachhinein dann, ja, man merkt, dass du das schon länger machst. Du wusstest ja genau, wo du hin willst. Ja, natürlich, weil ich gefragt habe vorher. Und das ist wichtig, eben auch da zu stehen, denn du solltest eine Trauung niemals, niemals unterbrechen, weil du gerade die falsche Linse drauf hast, weil du vielleicht gerade den Akku wechseln musst oder ähnliches. Sondern du musst immer da stehen, wo es optimal für die Trauung ist. Und da ist es wichtig, eben im Vorfeld zu klären, mit demjenigen, der sie durchführt, wo muss ich wann sein? Ganz, ganz wichtig, ihr Lieben. Jetzt habt ihr die Trauung gut vollbracht. Das heißt, ihr seid gut vorbereitet. Trauung haben wir ja noch gar nicht fertig. Ihr seid gut vorbereitet. Dann ist tatsächlich wichtig für einen guten Hochzeitsfotografen, dass ihr das Brautpaar an die Hand nehmt. Die meisten heiraten, das erste Mal. Das heißt, sie wissen gar nicht, ja, was muss ich denn jetzt machen? In der Regel möchte die Standesbeamtin, der Standesbeamte, nochmal den Ausweis sehen, wenn sie ankommt. Das heißt, eure erste Frage, auch wenn es Brautpaar ankommt, habt ihr eure Ausweise? Ja, Ausweise, ja, oh, ja, Trauzeuge hat die jeder, hol mal schnell. Ja, und dann fühlen sie sich schon gut abgeholt, weil sie wissen, ah, guck mal, der weiß, was er macht. Ausweise am Anfang, ganz wichtig, müssen beide nochmal vorzeigen. So, und dann gehst du eben, du nimmst sie an die Hand. Du sagst, pass mal auf, bleibt schön ruhig, wir machen das so, wartet mal. So Standardsprüche von mir natürlich auch, ja, wir sprechen uns, wenn wir wieder raus seid, ne, das fällt gleich ab, die Spannung und, und, und. Und gebt ihnen am möglichst gutesten vertrautes Gefühl. Wenn ihr natürlich schon mal drin wart jetzt beim Standesbeamten und ihr trefft sich vielleicht nochmal am Flur, ihr seid gerade beim Erzählen mit dem Brautpaar und dann sagt ihr, ja, ne, bis gleich und ich komme gleich rein, dann fühlen sie sich gut aufgehoben, ne, die Standesbeamtin winkt ihr vielleicht nochmal und sagt, ja, bis gleich, ne, danke fürs nette Gespräch gerade und so. Dann wissen die, okay, komm mal, die haben sich schon ausgetauscht. Und das ist wirklich essentiell fürs Brautpaar, die müssen sich gut aufgeholt fühlen, gut abgeholt, denn sie wissen ja nicht, was passiert jetzt gleich. Ja, sie haben so einen groben Ablauf, ja, wir heiraten jetzt, aber, aber was, ja, ist das der jetzt der richtige Fotograf? Da kommen so die Zweifelmomente. Ja, ist das mein Fotograf? War es der? Ja, weiß der Bescheid überhaupt, weiß der, was der machen soll? Ich hatte mal eine Situation in Lübeck im Standesamt, da war eine Braut, die mich gefragt hat, ja, Rico, sag mal, warst du schon mal hier im Standesamt überhaupt? Und dann kam eine mir sehr vertraute Standesbeamtin, mit der ich auch gut flachsen konnte, weil sie hat viel Humor gehabt, leicht russischer Akzent kam, dann auf dem Flur mir entgegen und winkte schon und sagt, ah, mein Lieblingsfotograf ist auch wieder da. So, und die Braut guckt mich an und sagt, Rico, vergiss die Frage. Ja, das spielt sich natürlich aber erst mit der Zeit ein. Das heißt, du musst definitiv sicher auftreten, du musst das Brautpaar geleiten, in die Trauung reingeleiten. Den Rest, den macht nachher entsprechend natürlich die Standesbeamtin. Da musst du dich im Hintergrund halten, ja auch nicht dazwischen quatschen oder Sonstiges, sondern im Vorfeld klären, dann ein sicheres Gefühl geben, reinleiten und sagen, pass auf, das machen wir so, ne? Ihr müsst mal gucken, auch das Brautpaar darauf hinweisen, guckt nicht permanent zu mir in die Kamera, sondern guckt euch beide an, guckt euren Standesbeamten an, ja? Und du als Fotograf musst dir dann die Position suchen. Ansonsten hast du immer, einer guckt nach vorne von den Brautleuten und der andere guckt immer an und sagt, ah, hast du ein schönes Foto von mir gemacht? Ich heirate gerade. Ja, müsst ihr also darauf hinweisen, dass das eben suboptimal ist, wenn jemand direkt immer permanent in die Kamera guckt. Ja, und dann wird getraut. Es wird getraut und dann geht's raus zum Brautpaarshooting. Auch ganz wichtig, dass ihr auch das abgesprochen habt vom Ablauf. Nicht einfach irgendwo das Brautpaar abziehen und sagen so, jetzt, wir müssen jetzt hier, keine Zeit, ne? Ihr habt mir nur noch zwei Stunden gebucht, sondern lasst das ein bisschen laufen, ja? Ihr habt ja im Vorfeld einige Sachen abgesprochen, es wird erstmal zu Gratulationen kommen und da auch tatsächlich nicht dazwischen gehen, sondern im Hintergrund bleiben, mitten im, entsprechend, zum Beispiel 70-200 vielleicht, entsprechend ein bisschen im Hintergrund bleiben, diese Situation auch einfangen. Ja, und dann könnt ihr euer Brautpaar entführen. Am allergünstlichsten ist es, ein Tipp von meiner Seite, auch wenn ihr mit dem Brautpaar zusammen plant, wenn es Kaffee und Kuchen gibt, dass ihr quasi, das im besten Fall schneidet natürlich zum Brautpaar die Torte schon an, dass ihr das so taktet, dass die Gäste mit Kaffee und Kuchen beschäftigt sind, das Brautpaar vielleicht ihr erstes Stück Kuchen isst und dann schnappt ihr sie euch. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ihr das Brautpaar nehmt, und das könnt ihr auch im Vorgespräch so ansprechen, das Brautpaar nehmt und die Gäste wissen nichts mit sich anzufangen. Die stehen irgendwo vor dem Standesamt und du sagst, ja, nächste Stunde sind wir jetzt unterwegs. Wirklich, hoffentlich gibt es hier irgendwo einen Bäcker, wo ihr euch beschäftigen könnt. Sondern das muss geklärt sein. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Das fällt auf euch zurück als Fotograf. Das heißt, die Gäste müssen beschäftigt sein. Ja, und dann macht ihr euer Brautpaar-Shooting. Ja, und da müsst ihr tatsächlich dann eben auch ein bisschen Fragen, auch mal zwischendurch zeigen. Was habe ich fotografiert? Ist das so der Stil, den ihr euch vorstellt? Ja, guck mal, das ist schön. Wie findest du das? Findest du, die meisten Bräute werden dann kommen, oh, ja, kannst du noch was machen? Was ist dies? Was ist jenes? Ja, ich sehe viel zu dick aus. Ja, und da musst du manchmal sagen, ja, operative Eingriffe machen wir aber nicht. Und nein, Spaß beiseite. Aber das ist halt so. Und dann, wenn ihr damit fertig seid, dann ist es so, dass ihr natürlich vielleicht noch den Tag begleitet. Und ganz wichtig, das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass ihr euch quasi unter die Menschen mischt. Ihr mischt euch unter das Brautpaar. Ihr müsst einen guten Kontakt dazu aufbauen. Ja, bei mir ist es nicht schwierig. Ich erzähle gerne und viel. Ich komme mit jedem ins Gespräch. Ich sage mal, wer mit mir nicht sprechen will, nicht sprechen kann, mit dem stimmt auch irgendwie was nicht. So, und tatsächlich ist es so. Einen großen Bonus habt ihr, das kann ich euch an der Stelle sagen, wenn ihr euch die Schwiegereltern oder die Großeltern schnappt. Wenn ihr mit denen gut könnt, wenn ihr da zwei, drei nette Sätze mit denen gewechselt habt und ihr sagt, das ist aber netter hier der Fotograf. Dann habt ihr gewonnen. Da seid ihr drin in der Familie. Da könnt ihr nichts mehr verkehrt machen. Ja, dann sagt die Oma auch oftmals, habe ich lange genug überlebt. Du machst noch ein paar Einzelfotos und dann kommt die Oma und sagt, hat der Fotograf schon seinen Kuchen und seinen Kaffee? Jetzt ist hier Schluss. Der hat fotografiert. Ja, da gibt es keine Widerrede. Wenn die Oma das sagt, dann hast du auch gefällig zu essen. Solltest du dich auch dran halten. Ja, und dann musst du natürlich im Nachhinein, wenn dann alle fertig sind, dann kannst du zum Beispiel mit eintakten, dass du auch Gruppenfotos machen kannst. Gruppenfotos etc. Einzelfotos. Und da ist es wichtig, dass du aus dem Vorgespräch vielleicht nochmal deinen Zettel dir in Erinnerung rufst oder ihn dir vielleicht auch mitnimmst und dann mal siehst, ja, was war wichtig? Ja, wollte jetzt die Oma nochmal direkt mit der Braut haben? Oder sowas musst du absprechen im Vorfeld. Das habe ich ja gesagt, ihr müsst genau absprechen, was für Fotos entstehen sollen. Und das abarbeiten. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du irgendwann fertig bist. So eine Hochzeit kann auch mal hektisch sein. Ja, haben wir Tante Friedchen schon fotografiert? Ja, Oma, Ältere. Na nee, sind alle noch nicht fotografiert. Na gut, dann musst du das nachholen. Denn wenn die Hochzeit vorbei ist, kannst du das nicht nachstellen. Und dann ist das Brautpaar enttäuscht, weil sie haben dir doch im Vorgespräch gesagt, ja, aber wir haben doch gesagt, hier, das ist uns wichtig, hast du gar nicht gemacht. Sie werden daran nicht denken, weil sie einfach zu viele Sachen um die Ohren haben. Ja, und wenn du all das richtig gemacht hast, dann ist so ein Hochzeitstag schnell vorbei. Und du wirst es spätestens am nächsten Tag, wenn du alles richtig gemacht hast, auch in den Knochen merken. Ganz, ganz wichtig, ihr Lieben, wenn ihr eine Zeit vereinbart habt. Bei mir ist es so, dass ich immer, immer entweder eine halbe oder sogar schon eine Stunde hinten rangehangen habe. Denn das Problem ist, eine Hochzeit kannst du nach hinten raus niemals definitiv so planen. Ja, du solltest auch niemals sagen, hier, der Hochzeitsfotograf, ich muss los. Sondern guck, dass wirklich alle abgeholt sind. Geh nochmal zum Brautpaar, sag, ja Mensch, unsere Zeit neigt sich langsam. Im Ende habt ihr alles. Habt ihr, überlegt vielleicht nochmal, vielleicht fehlt noch ein Foto. Und spätestens, wenn der Hochzeitsfotograf seine Kamera einpackt, kommt schon noch irgendjemand und sagt, wir haben noch kein Pärchenfoto, das muss noch ganz schnell gemacht werden. Werdet ihr immer erleben. Das heißt, nehmt euch ruhig diese halbe Stunde nach hinten raus. Wenn ihr es im Vorfeld vielleicht auch vereinbart habt, dann sagt eben, das muss ein Maß haben. Man merkt auch, ich hab's auch schon gehabt, dass tatsächlich Brautpaare das ausgenutzt haben und ich dann zwei Stunden länger war und ich dann tatsächlich auch gesagt habe, Leute, wir haben das und das vereinbart. Ich bin jetzt schon wirklich lange geblieben. Wie sieht's denn aus, ne? Das wäre schon nett, wenn ihr das noch irgendwie vergütet. Am besten ist natürlich, wenn ihr das im Vorfeld gleich absprecht. Ihr sagt also, okay, pass auf, wenn ich eben eine Stunde länger bleibe, dann eine halbe Stunde ist mit drinne und jede angebrochene nächste Dreiviertelstunde kostet dann eben Betrag X auf Preis. Ja, dann gibt's ja auch keine Diskussionen und auch keine verwirrten Leute, die dann plötzlich sagen, ja, wo ist er denn jetzt, der Fotograf? Wieso ist er denn jetzt abgehauen? Ich wollte ja noch ein Foto. Ja, also ruhig nochmal abfragen. Auch bei den Gästen nochmal abfragen, hat jeder sein Foto? Möchte noch jemand ein Foto mit der Braut? Wer ist noch? Keine Ahnung, du hast hier jemanden kennengelernt. Super, du bist mit jemanden ganz anders auf die Hochzeit gekommen, aber möchtest du mit der neuen Flamme jetzt noch ein Foto haben? Ja, also, mal als kleines Beispiel. Ganz witzig, ganz viel, ganz, ganz wichtig ist tatsächlich viel Charme und viel Humor auf einer Hochzeit. Denn es ist im Grunde ja immer eine sehr, sehr positive Veranstaltung. Ja, da zu ernst reinzugehen und auch zu still zu sein. Wenn du nicht reden kannst, wenn du nicht vielleicht früher sogar der Klassencloud warst, ja, bist du als Hochzeitsfotograf nicht so richtig gut aufgehoben. Du musst kontaktfreudig sein, das ist einfach so, weil du einfach die Interaktion mit den Leuten brauchst. Ja, du brauchst die, weil dann werden die Fotos auch besser. Die Leute lachen. Ja, es nützt dir nichts, wenn der Fotograf so, kannst du noch einmal so ein bisschen, ja, ein bisschen links, ein bisschen rechts, bringt dir nichts. Ja, du musst einen lockeren Spruch auf den Lippen haben. Ja, das ist halt so. Und dann geht's natürlich weiter. Der Tag ist vorbei, ihr habt eure Fotos bearbeitet und all das habt ihr natürlich auch vorher schon mit dem Brautpaar besprochen. Dann ist es natürlich wichtig, wie übergebt ihr die Fotos? Das heißt, ihr habt eure Fotos bearbeitet. Auch hier ganz klar im Vorfeld mit dem Brautpaar absprechen. Wie lange braucht ihr ungefähr für die Bearbeitung? Das ist ganz, ganz wichtig. Viele Brautpaare werden dann schon immer sehr ungeduldig sein und nach den ersten zwei Tagen dann fragen, ja, was mit unseren Fotos? Kann ja nicht so lange dauern. Das heißt, auch hier schon im Vorgespräch darauf hinweisen, dass du natürlich alle Fotos, alle RAW-Fotos sichten musst. Und wenn du vielleicht 3000 Stück gemacht hast, dann ist das ein Haufen Arbeit. Auch besprechen. Du musst alle Fotos ja grundlegend entwickeln. Du musst sie bearbeiten, je nach dem Stil, was du mit dem Brautpaar abgesprochen hast. Und das kann seine Zeit dauern. Natürlich hast du am Anfang vielleicht viel Zeit und kannst das Ganze schnell machen. Aber du wirst nach hinten raus, je mehr Aufträge du hast, wirst du die Zeit brauchen. Das heißt, nimm dir ruhig Zeit. In der Branche normal sind 14 Tage bis vier Wochen. Ich lese es auch immer wieder in Hochzeitsforen, dass dann Brautpaare fragen, ja, wie lange hat denn euer Fotograf gebraucht? Ja, wir sind ja schon eine Woche, ist das schon her, unsere Hochzeit? Wir haben noch nicht ein Foto. Ich zum Beispiel gehe dazu über, dass ich während der Hochzeit, gerade bei Tagesbegleitungen, wenn die Zahlung bereits als Anzahlung erfolgt ist, schon mal eine WhatsApp-Gruppe bzw. einen WhatsApp-Kontakt mit Brautbräutigam habe oder sie machen eine Gruppe. Und wenn ich Zeit habe, zum Beispiel in Situationen, wo ich Kaffee trinken muss und meinen Kuchen essen, weil die Oma hat es nämlich gesagt, habe ich ja die Möglichkeit, meine Kameras, die modernen, haben ja alle schon MLAN, Bluetooth, mir schon mal ein paar Fotos runterzuziehen. Dann mache ich schon mal so die erste grobe Bearbeitung mit Lightroom auf dem Smartphone und mache schon mal so eine handverlesene Serie von Fotos. Kriegen sie schon mal am gleichen Tag. Das heißt, sie haben während der Hochzeit schon die ersten Fotos. Können die schon verteilen. Auf Instagram oder im WhatsApp-Status. Wir haben geheiratet. Hallo. Und guck mal, wir haben einen tollen Fotograf. Wir haben schon mal Fotos. Das ist nicht nur gut natürlich im Nachhinein für euren Ruf, sondern die Gäste sagen natürlich, oh, guck mal, die hatten schon am gleichen Tag ihre Fotos. Zumindest die ersten. Und nach hinten raus habt ihr dann natürlich auch den Puffer, dass ihr sagen könnt. Und die Brautpaare werden dann nicht so schnell fragen, weil es ist natürlich besser, wenn sie schon so eine Handvoll gute Fotos haben, als wenn sie noch gar kein Foto haben. Das ist ja dann irgendwann, kommt so der Zweifel auf. War das der richtige Fotograf? Hat der wirklich Fotos gehabt? Hat er einen Film drin gehabt? Nein, Quatsch beiseite. Aber ja, was ist da jetzt? Da kommt gar nichts. Haben sie schon erst mal welche? Wissen der, guck mal, das ist super, toller Fotograf. Das verschafft ihr auch Zeit nach hinten raus. Und dann ist die Frage der Übergabe. Viele machen es immer noch so, dass sie einen USB-Stick geben. Das kann man machen. Das ist ein nettes Gimmick. Stellt allerdings das Brautpaar vor ein Problem. Und das spreche ich auch im Vorgespräch an. Denn mit der Übergabe eines USB-Sticks an das Brautpaar haben sie natürlich dann die Pflicht, die Verantwortung, das Problem, dass sie die Fotos verteilen müssen. Ja, und das fällt ihnen erst danach auf. Das ist im Übrigen auch ein Bonuspunkt, den ich im Vorgespräch dann immer erwähne und sage, pass mal auf, ihr bekommt von mir eine Online-Galerie. Eine Online-Galerie, wo sich jeder, der einen Zugang dazu hat, mit einem entsprechenden Passwort, und das entscheidet natürlich ihr als Brautpaar, kann sich die Fotos dort kostenlos herunterladen. Und die meisten Online-Plattformen, ich verwende seit Jahren Pictures. Ich verlinke euch das mal. Das ist eine super Seite. Ich mache euch auch nochmal ein extra Video darüber, weil das ist so umfangreich. Das habe ich auch für die Kita-Fotografie verwendet, diese Plattform. Ist eine Mega-Plattform. Und ihr habt einen sauberen Auftritt. Also hier nicht so eine Dropbox verschicken. Hört auf, verschickt niemals einem Brautpaar eine Dropbox. Das ist das schlechteste Auftreten, was ihr jemals haben könnt. Bei Pictures zum Beispiel habt ihr eine super Galerie. Das ist eine saubere Galerie am Anfang. Da habt ihr die Hochzeitsfotos. Jeder kann sich die aussuchen. Und ihr habt angeschlossen eine entsprechende Druckerei. Das heißt, die Fotos können bei Bedarf, den Preis legt ihr fest. Das heißt, ihr könnt euch so einen kleinen Bonus auch noch nachträglich dann mit verdienen. Ich würde es nicht übertreiben mit den Fotos, sondern tatsächlich in einem vernünftigen Maß das Ganze gestalten. Und dann habt ihr den Vorteil, dass natürlich nicht nur das Brautpaar sich die Fotos, die ihnen wirklich zu 100% gefallen, sich ausdrucken wollen. Denn vom Brautpaar-Shooting, wenn du vielleicht 80 oder 100 Fotos hast, die drückst du dir nicht aus. Kein Mensch hat so einen großen Kamin. Sondern es werden ein, zwei Fotos sein, die man sich final ausdruckt, hinstellt. Und das kann sich das Brautpaar aussuchen und auch entscheiden. Und auch in welcher Größe. Das heißt, dir entfällt der Zwang, wenn du eine vernünftige Plattform hast, mit einer guten Präsentation und einer Druckerei in der Hinterhand, dass du natürlich im Nachdruck noch ein anderes Foto machen sollst oder ausdrucken sollst. Ach, das gefällt uns nicht. Kannst du das nochmal ausdrucken? Nein, könnt ihr selber machen. Gibt es für einen schmalen Taler. Ihr könnt euch alle Fotos in der vollen Auflösung runterladen. Und ihr habt nicht das Problem. Und das ist ein überzeugendes und schlagendes Argument bei jedem Brautpaar. Ihr habt nicht das Problem, dass ihr auf eure Kosten die Fotos drucken lassen müsst und an eure Verwandten schickt. Jeder hat den Zugang, dem ihr den Zugang gebt. Jeder kann sich entscheiden, welches Foto möchte er herunterladen. Auch nicht jeder möchte nachher hunderte von Fotos haben. Auch viele Verwandte holen sich dann einzelne Fotos. Auch das geht super auf der Plattform. Und dann habt ihr schon mal den großen Vorteil, dass ihr das los seid. Also ihr habt die Fotos hochgeladen und habt vielleicht, ja vielleicht kann man es machen, USB-Stick. Das ist eine Vereinbarungssache. Ich habe es zum Schluss dann nicht mehr gemacht in den letzten Jahren, weil das einfach überholt ist. Ja, das ist ein nettes Gimmick, so ein Giveaway. Aber mehr ist es nicht. Deswegen werden die Fotos ja nicht besser. Ja, überzeugender seid ihr mit einer schönen Galerie, die natürlich nicht nur auf dem Browser gut aussieht, sondern auch auf dem Smartphone gut aussieht. Und heute hat jeder ein Smartphone und guckt sich die tollen Bilder an. So, ach guck mal, bestelle ich hier noch hier 13x18 und was es nicht noch alles gibt und noch ein Puzzle vom Brautpaar und 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 und. Und ihr habt mit dem ganzen Inkasso, was nach hinten rausgeht, habt ihr auch nichts mehr zu tun. Das regeln für euch die Plattform. Ihr bekommt nur noch das, was unterm Strich steht. Ja, und dann ist natürlich noch mal wichtig, abschließend ein Gespräch kurz zu führen. Wie haben euch die Bilder gefallen? Fehlt euch irgendwas? Braucht ihr noch irgendwas? Ja, das ist ganz, ganz wichtig, um auch eben zum Schluss des Brautpaar noch mal gut zu verabschieden. Ja, und dann kann man auch sagen, Mensch, wenn es euch gefallen hat, dann empfiehlt mich doch gerne weiter. Ja, auch das ist wichtig. Die beste Werbung für einen Fotografen ist Mundpropaganda. Empfehlung von jemandem, der schon mal einen Auftrag von dir gesehen hat, für den du vielleicht schon mal einen Auftrag erledigt hast. Das ist das A und O in der Fotografie. Und ihr werdet sehen, wenn ihr einen guten Auftrag gemacht habt, wenn ihr vom Vorgespräch über das sichere Auftreten bei der Trauung, über das lustige, angenehme Auftreten während eurer ganzen Anwesenheit der Feiergut aufgefallen seid, bis hin zur sauberen Abwicklung nach hinten mit den Fotos in einem angemessenen Zeitraum, dann wird es Aufträge geben. Denn es ist mindestens eine Tante, ein Onkel, ein Schwester, eine Bruder, die vielleicht noch nicht geheiratet haben, die sagen, Mensch, der war cool. Den, komm, den nehmen wir. Ja, ganz, ganz wichtig. Deswegen auch ruhig mal ein Kärtchen da lassen. Am besten ist natürlich, bei Pictures könnt ihr auch machen, ihr könnt im Vorfeld bereits einen Zugangscode ausdrucken. Und das ist nämlich eine coole Werbung, die man nicht wegwirft. So habe ich es gemacht. Und dann entweder in einem kleinen Format, ich habe es immer im Format A5 gemacht, netten Flyer mit einem Foto, nicht von der Hochzeit, was neutral ist, ein Hochzeitsfoto. Und da drückt ihr diesen Zugangscode gleich mal aus. Das muss natürlich abgesprochen sein mit dem Brautpaar. Die meisten Brautpaare sagen, super, haben wir nicht mal mehr nachher das verteilen. Und die Gäste sollen ja ohnehin die Fotos haben. Und da drückt ihr eure Werbung gleich mit drauf. Und schon wirft das keiner weg. Das ist anders wie eine Visitenkarte. Ach, noch eine Visitenkarte. Puh, ja, wo packe ich die an jetzt hin? Ja, hier, wahrscheinlich im BH. Dann habt ihr natürlich einen Zettel, den die Leute aufheben, bis sie die Fotos haben. Und so lange ist der natürlich auch bei den Leuten. Und nachher wird er auch nicht so leicht fertig weggeworfen, sondern das legen wir uns mal weg. Guck mal, das war ja von dem Fotografen. Ja, kleiner Tipp, auch an dieser Stelle nochmal. Tja, und dann solltet ihr einen sauberen Weg durch eure erste Hochzeit gefunden haben. Im Nachhinein mit den Brautleuten, auch das wird vorkommen, früher oder später noch über den Preis zu diskutieren. Das Problem ist, auch bei Brautleuten gibt es, ich muss es ganz klar sagen, es gibt auch schwarze Schafe. Die, und das kann ich euch auch jetzt nochmal nur anheim geben für die ganze komplette Abwicklung, gebt nach Möglichkeit keine Fotos raus. Keine Online-Galerie, kein WhatsApp, wenn ihr keine Anzahlung habt. Und gebt überhaupt gar keine Fotos raus, wenn ihr nicht schon bezahlt worden seid. Ihr werdet euch später mit Inkasso-Unternehmen rumschlagen, die ihr nämlich auf eure Kosten beauftragen müsst, wenn das Brautpaar nicht bezahlt. Das hört sich für das Brautpaar vielleicht erstmal blöd an. Und dann sagt, naja, aber kannst du mir nicht eine Rechnung schicken? Wenn die Fotos raus sind, dann kommen bei einigen, und das ist wie im normalen Leben auch, da kommt dann das Negative plötzlich raus. Und dann haben die ganz vergessen oder dann beanstanden sie dein Foto, obwohl das alles erst rein und sagen, nee, also hier dafür bezahlen wir nicht. Nö. Also, das haben wir uns gerade anders vorgestellt. Du hast doch gesagt hier, du hast Leonardo DiCaprio schon fotografiert. Jetzt sehe ich gar nicht aus wie der. Ja, weil er aussieht wie Alf. Da kann ich halt kein Foto von Leonardo DiCaprio draus zaubern. Ja, also, da müsst ihr euch tatsächlich auch absichern. Denn damit werdet ihr euch auch auseinandersetzen müssen. Das heißt, im Vorfeld Fotos vor Ort schon mal gezeigt. Das ist ganz wichtig. Dann könnt ihr nämlich mal sagen, ich habe es dir gezeigt vor Ort. Wir waren uns ja schon, eigentlich vor Ort hat es dir doch auch schon gefallen. Ja, das ist auch eine schwierige Position. Aber in den meisten Fällen, wenn ihr einen vernünftigen Vertrag habt, wenn ihr bezahlt seid und erst dann eure Fotos rausgebt, und das ist für euch, für euch als Unternehmer wichtig, ja, dann seid ihr da auf der sicheren Seite. Und dann solltet ihr eure erste Hochzeit oder zweite oder dritte auch gut über die Bühne gebracht werden. Tja, Lieben, schreibt es mir gerne unten in die Videokommentare. Habt ihr vielleicht selber geheiratet? Habt ihr einen Fotografen und habt ihr gesagt, Mensch, das, was du jetzt sagst, das hat er gar nicht gemacht. Wir waren da ein bisschen enttäuscht. Oder sagt ihr, ja, wir hatten auch einen Fotografen. Da haben wir uns genauso, wie du das sagst, gut abgeholt geführt. Das war jemand, der im Grunde wie ein Teil der Familie war, während unserer Hochzeit. All das, ihr Lieben, schreibt es mir in die Videokommentare. Und wenn ihr vielleicht demnächst eine Hochzeit habt und ihr habt schon überlegt, zu fotografieren, wie gehe ich vor, worauf muss ich achten und mein Video hat euch gefallen, dann schreibt auch das mir gerne unten in die Videokommentare. Und lasst mir fürs Video gerne einen Daumen hoch da. Und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen oder ihr habt es noch nicht getan, abonniert an dieser Stelle gerne meinen Kanal. Ihr Lieben, ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Wünsche all denen, die es gerne machen möchten, viel, viel Glück, viel Humor, starke Nerven für die Hochzeitsfotografie. In diesem Sinne, ihr Lieben, bis dahin. Bis zum nächsten Mal.